Kann man noch ein zweites Rathaus bauen, weil ich hab's scheiße gebaut, da hätte ich viel mehr Platz lassen müssen. Du hast es abgedessen, gell? Nein, ich hätte viel mehr Platz lassen müssen. Ich kann's aber oben draufsetzen. Was macht man gegen die scheiß Luftverschmutzung? Füllentzauber vielleicht. Sich sparen! Kohlevorräte knapp, okay. Schlecht. Wann kann ich denn ab 14.995? Oh oh, was ist mit dem Erz los? Ich baue da noch was ab, ich hoffe es. Ja, hier haben wir eine Sicherheitsabteilung gebaut, jetzt könnt ihr große Krankenhäuser bauen. Irgendwie anders muss man anderes durchbauen. Wäre Strom knapp, oder was ist hier? Was ist denn da los? Ich hab grad... Die Leute verlassen meine Stadt. Nein. Okay, Strom ist okay. Jetzt tun sie gerade hier renovieren teilweise. Weil ich hab halt gerade... Ja. Nur noch 1.600 Leute. 1.600? Wie immer 17.000? LOL! Ich hab 1.000! Ich muss halt so viel Scheiße bauen, ich hab kein Geld um weiter auszubauen hier. Da hab ich eine Schule gebaut und verlassen sie von seitlich die Stadt. Meine Kredite, die tun mir so weh. Die habt ihr mittlerweile schon abbezahlt. Fuck, ich brauch ne Verkehrsabteilung, aber ich brauch auch ne... Verkehrsabteilung hab ich schon gebaut, bräuchtest du eigentlich glaub ich gar nicht bauen. Oder? Die Leute produzieren der Grund zu viele Keime. Ich glaube ich muss ne Müllentzorgung bauen oder sowas. In der Technikstufe denn höher? Verdammte Axt! Ich hab jetzt ne Klinik, ne Feuerwehr und ne Grundschule. Ich hab jetzt ne Klinik, ne Feuerwehr und ne Grundschule. Ich hab da auch was ans Rathaus anbauen oder was? Das einzige was mit 100% läuft ist die Öl-Dings. Meine Stadt an sich will irgendwie nicht so. Das ist auch das einzige was mich am Leben hält, dieses scheiß Erz. Ich weiß nicht wie ich in der Stufe steige, ich versteh das nicht. Beschweren sie sich hier über Shopping-Angebote, aber gerade bauen die Firmen um hier und rüsten auf. Oh oh, diese Stadt ist pleite. Hier sind ihre Optionen. Ahhhh. Auch zwei Sachen ey. Ich mag noch wieder mehr Bildung. Das ist der Bildungskrank. Ich muss noch Häuser bauen, so langsam wird's knapp. Ich bin pleite. Schon wieder? Wieso richtig? Ja, ich weiß nicht was ich machen soll. Meine Ausgaben waren die ganze Zeit zu hoch. Meine Erzvorräte konnten das nicht mehr decken. Ich will ausgeben dürfen. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Wenn ich Strom stillleg, dann ist es zappenluster ey. Ich würde ja gar nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Ich kann doch nicht verloren. Ich muss halt, äh... Oh. Es ist der Prozentsatz auf 19 % hoch. Die steuern den ganzen Aufholsetzen jetzt an. Ich kann es nicht ändern. Ich muss erst wieder ein bisschen Geld machen. Metallzentrale wäre jetzt verfügbar. Es wäre schon geil da so was noch hin zu klatschen. Hohe Steuern. Ja ich kann es nicht ändern man. Ich muss die Steuern senken. Ich brauche mehr Wohngebiete wahrscheinlich. Irgendwie mehr zu Geld kommen. Ich habe langsam ein ganzes Gebiet hier zugebaut. Hm? Mir alles zugebaut bald. Wer? Ich. Ist gut oder schlecht für dich? Ist nicht. Sag du es mir. Mein Wohner ich brauche noch ein paar. Lieblingsbürgermeister halten Sie 24 Stunden lang eine Sympathie von mindestens 75. Obwohl ich 19% Steuern habe. Das geht doch nicht. Dann muss ich jetzt glaube ich das Steuern auch ein bisschen auf Höhe hier. Die Mittleren beschweren Sie nicht. Die untere Einkommensschicht beschwert Sie wegen den hohen Steuern. Der hat 10.000 Einwohner geknackt. Boah ich habe nur noch. Ich bin unter 2000 hier wieder. Ich werde einfach nicht mehr. Ich habe eine Schule gebaut. Keiner geht hin. Du musst auch Bushaltestellen setzen für die Schule. Ist dir klar? Ist dir klar ja. Du gehst auf Bildung und dann hast du da so Bushaltestellen. Die kannst du setzen damit der Bus da auch hinführt und die abholt. Und am besten halt mehr Busse bauen weil dann kommen halt auch mehr dahin. Kostet auch alles Geld. Ja kostet alles Geld. Das ist egal. Mal leisten. So gleich mal hier in den linksten Winkel. Ah jetzt ist alles grün geworden. Okay. Ich habe schon, ich habe schon vier Busse. Ich möchte nur, dass ich nicht die Schüler nicht aufnehmen kann. Aber naja. Na komm steig. Dann kann ich das Rathaus wieder abgreden. Ah ich brauche nur ein Wohnhaus wieder abzugrennen. Das dauert. Verdammt. Ich glaube es ist eine Bildungsabteilung, dass ich mich endlich mal spitze. Hm. Wir möchten. Weck. Endlich passiert. Ich habe nur dabei ähhhhh. Brassen abzugrainen hier weil sie voll werden. Ich bin auch gerade dabei. nehmen sie insgesamt 15.000 dollar pro stunde ein also ich fähle irgendwie ein bisschen mit meiner stadt ständig ein guter bürgermeister was bringt mir im busbahnhof was noch dafür hier langsam kommen die schüler machen was mangel an arbeit und die leute ab mann die wollen alle nach hier nach seranien und die alle was wollen sie da ja komm doch mal vorbei vielleicht blibst du auch weißt schon was meine stadt gleich wieder bleibe ist ich hab die steuern wieder gesenkt und jetzt kaum senke ich sie gleich bleibe stadt wächst wieder ja rathaus upgrade bitte eine bildungsabteil in drei monaten jetzt muss ich eine neue ölquelle bauen weil dann die alte ausgepastet ist dann bist du gefickt boah das Rathaus ist ja riesig oh ich hab so gefällt in meinem spiel mal wieder ich glaube ich geh wieder nach las vedas jetzt kann ich auch noch ein gymnasium kann ich bauen das baue ich natürlich oh ich hab so froh kann ich jetzt irgendwas spezialisieren fehlt jetzt noch wir brauchen mehr geld warum ist meine bildung immer noch so niedrig man das kann doch nicht sein hier muss ich auch mal vielleicht nach gucken nach der bildung mach doch alles für die bildung ich weiß nicht warum die ich Wir brauchen halt noch eine gute Passierung. Oh, der Strom geht aus, der Strom geht aus. Da ist mal noch ein Klassenzimmer gebaut hier. Ich schau mal jetzt eure Städte an. Ich weiß nicht, wie ich meine bauen solle. Ich fail die ganze Zeit. Toll, lieber bei Rabbit. Der macht es ja wohl richtig. Schau mal nach Kotzburg. Ja, bei mir wird es auch noch langsam wieder. Jetzt steigen die Einwohner und so. Ihr baut schon richtig groß aus, ja. Ich bin immer noch bei einem kleinen Fleck. Also ist doch genug Strom jetzt da, oder nicht? Ich muss auch gerade Strom abbauen, upgraden. Beide noch eins hin. Eine Klinik und eine Krankenhaus ohne Strom. Richtig. So, so! Das Kohlekraftwerk wird auch immer schon ganz gut ausgelassen mittlerweile bei mir. So, so! 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 There he is! ich schaue schon zu dir jetzt also ist ja noch klein was was bei rabbit war ja was ihr guckt mal bei mir vorbei ja ich kann warte ich musste jetzt suchen ich baue jetzt ein gymnasium als henrik stormwind besuchen 18.000 einwohner sorgen sie für 500 schüler und spenden einer stadt der region bei mir läuft es noch nicht so keine ahnung aber henrik geht schon ab ach du scheiße ist schon alles zugebaut und ich kann mich 25.000 einwohner schau dir mal bitte in seine stadt da muss ich gerade mal hinreißen alter da ist deine stadt echt ein witz dagegen sturmwind bist du gell ja auch immer doch gleich mal alter das ist ein imperium naja kleinste kannst du noch weiter ausbauen jetzt oder wie busnetzwerk geworden ja nicht wirklich ne ich weiß jetzt auch nicht groß was ich machen könnte ich könnte die stadt an sich noch ausbauen aber ich will jetzt endlich elektronik handel aber ich krieg die bildung in der industrie ja du musst halt schauen dass du die häuser hier dass du halt bildungs und dichte kriegst damit die häuser größer werden dass du mehr einwohner haben kannst naja hochreise bekommst das problem ist aber um bildung weiter auszubauen muss irgendjemand so ein dingsbumsministerium bauen ja das bildungsministerium habe ich wer müsste ich das hier eigentlich bauen kann die müllhalde in los beda lässt im kotzbock einen teil des mülle Ups was stand da gerade ich lass Müll bei dir Ups nein du nimmst mein Müll ach so echt ist das so ich werde gerade besucht hier von los beda les von dem bürgermeister ja weil ich wahrscheinlich hier ding aus meiner stadt bloß weg will weil sie mich meuten wollen fährst du wie ein Irrer rum ich glaube ich ich weiß nicht ich habe zwei städte jetzt verkackt stark oder? ich musste mein Rathaus erstmal upgraden aber das kann ich nicht weil fehlen mir noch Einwohner ich glaube ich fange eine neue Stadt an 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 ich bin die Leute eigentlich alle hier vor meinem Dings wo kann man gucken wofür die demonstrieren kein Ahnung boah so ein großes Projekt kostet eine Million und so ja nicht neftig starten sie den Bau ne so viel Geld habe ich noch nicht ich glaube ich gehe nicht mal neben Alex ich bin jetzt direkt neben dir ich versuch' es da mal ja ich habe jetzt zwei städte verkackt ich kann das spiel noch nicht so muss erst reinkommen spiel fängt man denn hier am besten jetzt habe ich mein ganzes indisch wenn ich es genauso verstehe das ist ja eigentlich scheint alles vernetzt aber der fragt dann ja doch mal willst du es vernetzen oder willst du da irgendwas machen ja Gibt es sicher auch so eine Karte von wegen, was denken meine Einwohner oder so? Ja, irgendwie schon, um nur da ranzoomen, siehst du oft was. Die Gebäude werden größer, wird Bildungsstufig. Komm schon, ich brauche 60.000. Ich bringe mir einen Kredit. Asi. Du müsstest doch jetzt mal hochgehen, oder nicht? Das ist das, was ich ganz ehrlich ist. So, hier. Jetzt muss aber hier was gehen, ne? Ist mein Strom noch genug? Da wird knapp.